Hallo liebe BVB-Fans, herzlich willkommen zu unserem Ausblick auf den Pflichtspielstart des BVB in die neue Saison. Am Samstagabend geht es ab 20.45 Uhr in Wehn-Wiesbaden in die erste Pokalrunde für die Schwarz-Gelben und ich freue mich, dass ich zu meinem Kollegen Florian Gröger schalten kann ans Trainingsgelände der Borussia an den Aki-Schmidt-Platz nach Dortmund-Brakel. Ja Flo, heute gab es eine große Erleichterung, darf man glaube ich festhalten. Alle PCR-Tests beim BVB waren negativ. Ist es auch da so angekommen, dass es eine große Erleichterung gab? Ja, offiziell konnte man die noch nicht wahrnehmen, weil die Bestätigung der PCR-Testung, oder dass alle negativ sind, erst um 14.06 Uhr per Twitter rausging und die Pressekonferenz war ja schon um 13 Uhr, von daher kam das dann erst danach. Aber auf der Pressekonferenz konnte man Marco Rose jetzt das nicht unbedingt anmerken. Er war sehr erfreut über den bevorstehenden Pflichtspielstart, dass es endlich losgeht. Aber einige Probleme muss er trotzdem noch lösen, auch wenn die Corona-Entwarnung dann da war. Zu Beginn der Woche wurden, um das nochmal festzuhalten, Thomas Meunier und Julian Brand positiv auf das Coronavirus getestet. Beide müssen jetzt 14 Tage in Quarantäne und vor dem Pflichtspielstart muss man damit oder dadurch festhalten, dass es personell doch langsam eng wird im schwarz-gelben Kader, oder? Ja, die personelle Lage in der Defensive war ja vorher schon sehr bedrohlich. Und ja, jetzt hat sie sich dann durch diese beiden Fälle nochmal verschärft, wobei Thomas Meunier hätte man dann mal abwarten müssen, weil er ja einer der letzten EM-Requerer war, ob er dann schon eine Option gewesen wäre für die Startelf. Aber zumindest für die Breite des Kaders wäre es ganz gut gewesen. Julian Brand wäre sicherlich gesetzt gewesen, er hat die komplette Vorbereitung durchgezogen, hat auch einen soliden Eindruck hinterlassen. Also muss jetzt auch im Mittelfeld dann zwangsläufig umgebaut werden. Wer es dann wird, ob es dann eine Systemumstellung gibt. Zuletzt hat Marco Rose ja mit Erfolg gegen Bologna die Raute im Mittelfeld getestet. Das ist gegen wen sicherlich auch eine Option, weil es gut geklappt hat. Aber ja, aufgrund der nur sehr begrenzten Anzahl an Spielern muss man dann wahrscheinlich gucken, welche Spieler da sind und welches System da besser passen. Dann lass uns doch mal einmal hinten in der Abwehrkette anfangen, denn da ist es ja besonders lückenhaft. Mats Hummels ist angeschlagen, Emre Can, Raffael Guerreiro, Don Axel Zagadou, Sumaila Koulibaly und Matteo Morey. Alle werden nicht spielen können, im Pokal nicht und einige von diesen genannten Spielern fallen noch länger aus. Welche Kette erwartest du denn gegen Wiesbaden zum Pokalstart? Ja, nochmal auf die angeschlagenen Spielern kurz einzugehen. Mats Hummels ist hier gerade kurz vorm Training zur Behandlung eingetroffen. Also der fällt ja definitiv aus. Raffael Guerreiro und Emre Can standen am Mittwoch zumindest wieder auf dem Rasen, haben aber nur ein individuelles Programm absolviert und da muss man ja auch sagen, dass die seit fünf Wochen ungefähr, seitdem die EM zu Ende ist, auch kein Mannschaftstraining absolviert haben. Also es wäre da schon sehr fahrlässig, die beiden in Wiesbaden dann spielen zu lassen. Von daher würde es dann auf die Notbesetzung hinauslaufen, das heißt rechts Felix Praslak, links Nico Schulz und in der Mitte dann Manuel Akanji, höchstwahrscheinlich, der ja auch erst aus dem EM-Urlaub zurückgekehrt ist und ja, einer der beiden U23-Verteidiger. Ich würde jetzt mal auf Antonius Papadopoulos tippen, Lennart Meloni wäre auch noch da. Also ja, Notkette trifft es, glaube ich, dann. Notkette trifft es, dann vermutlich vor dem neuen BVB-Keeper Gregor Kobel. Lass uns doch mal einmal kurz auf zwei Namen schauen, die du gerade schon genannt hast. Felix Praslak und Nico Schulz. Eigentlich ja eher so im Ersatzlager zu vermuten mit Blick auf die neue Saison. Aber ist das für die beiden jetzt womöglich eine unverhoffte Chance, die da kommt, sich neu zu beweisen? Ja, ganz kurz zur Erklärung, das war gerade Teammanager Anne Nierster, alter Witzbold, hat sich einmal hier ins Bild geschlichen. Die Aufmerksamkeit sollten wir ihm einmal schenken. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, also der Vertrag mit Felix Praslak wurde ja im April oder Mai um zwei Jahre verlängert. Aber man muss ihn schon als Backup sehen, wenn alle Spieler zur Verfügung stehen würden. Also normal würde Thomas Menier wahrscheinlich da gesetzt sein, der jetzt auch im zweiten Jahr dann auch mal ein bisschen was zeigen muss, nachdem die erste Saison ja wirklich sehr enttäuschend verlaufen ist. Bei der EM war es dann ganz ordentlich. Aber ich glaube, dass die Erwartungen der Verantwortlichen da jetzt auch deutlich höher liegt als in der vergangenen Saison. Ja, und auf der anderen Seite Nico Schulz ist und bleibt leider ein Problemfall. Er hat jetzt zwar in der Vorbereitung alles gespielt. Ich könnte mich da jetzt aber auch nicht an so wirklich überzeugende Leistungen erinnern. Er ist natürlich in der Vorbereitung immer relativ, sind die meisten Spiele nicht ganz so dolle. Aber so wirklich nachhaltig in Erscheinung hat er sich da jetzt nicht gebracht. Er ist natürlich auch noch ein Verkaufskandidat. Weiter hinten war er ja schon länger. Aber bei dem Gesamtpaket, Ablöse, der BVB möchte sicherlich da auch noch ein paar Millionen Euro haben. 25 haben sie mal bezahlt, die werden sie natürlich nicht bekommen. Und ja, knapppunkt ist natürlich das Gehalt. Also er wird im hohen Einstelligenbereich liegen oder nicht im hohen Einstelligenbereich. Das wird ja bei anderen Klubs mit den Leistungen, die er hier gezeigt hat, wahrscheinlich nicht bekommen. Und ja, also Verkaufskandidat ja, aber ein Wechsel bis zum Ende der Transferperiode dann trotzdem relativ unwahrscheinlich. Ja, und womöglich ist er ja in diesen Tagen, wo denn da große Abwehr, personelle Abwehrsorgen beim BVB zu beklagen sind, ja nochmal eine wichtige Rolle spielen müssen. Lass uns ins Mittelfeld schauen. Du hast es gerade schon gesagt, Jule Brandt wird aufgrund seiner Quarantäne nach dem positiven Corona-Test nicht mitwirken können. Nicht jetzt im Pokal und auch nicht in den beiden Spielen im Supercup und gegen Frankfurt danach. Ähm, äh, äh, gegen Frankfurt und dem Supercup danach. Ähm, Moda Huth ist einer, der sich in den Vordergrund gespielt hat in der Vorbereitung. Ist er einer, dem jetzt so eine Schlüsselrolle zufallen kann im BVB-Mittelfeld? Ja, absolut. Also er war ja im letzten halben Jahr unter Edin Terzic schon so eine kleine Wiedergeburt, muss man sagen. Weil vorher dachte man ja auch, äh, klassischer Verkaufskandidat, jetzt dreieinhalb Jahre da und nicht wirklich überzeugt, immer technisch gut. Aber in der Umsetzung haperte, ist dann auf dem Feld häufig die falschen Entscheidungen getroffen. Äh, mit den Trainern kam er jetzt auch nicht so gut zurecht, muss man sagen. Hat er jetzt auch zuletzt im BVB-Podcast bestätigt, dass es da nicht alles so gelaufen ist, wie er sich das erhofft hatte. Aber, wie gesagt, seitdem Edin Terzic hier das Ruder übernommen hatte und jetzt auch unter Marco Rose immer gespielt und wirklich ansprechende Leistungen gezeigt, ist ja einer auch der wenigen Spieler, die auf dem Platz häufig den Mund aufmachen. Puscht die Mannschaft auch immer und jetzt passt auch so das Gefälle zwischen dem, was er zeigt und dem, was er sagt. Von daher ist er auf jeden Fall gesetzt in dem Mittelfeld. Wurde ja auch durch die Vertragsverlängerung nochmal unterstrichen, auch wenn es dann nur ein Jahr war. Ja, und wenn man jetzt von der Raute ausgeht, würde ich sagen, dass Dahoud, Reus und Reiner aufgrund der Vorbereitung dann auch gesetzt sein dürften. Ja, und dann müsste noch einer dazukommen von den Nachzüglern. Ich würde jetzt auf Jude Bellingham tippen, wenn ich müsste. Dann könnte der natürlich auch auf die Sechs drücken und Dahoud geht eine Position vor, das kann er sicherlich auch spielen. Und dann reden wir von einem Zweiersturm mit Holland, ist klar. Und ja, dann hat man Tigges, Moukoko und natürlich Neuzugang Daniel Mahlen, der jetzt aber erst seit anderthalb Wochen im Training ist, wo Marco Rosa auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass er noch ein bisschen Trainingsrückstand hat. Also es hörte sich eher so an, als wäre er kein Kandidat für die Startelf wäre. Dann läuft es wahrscheinlich am ehesten auf Steffen Tigges hinaus, weil Josefa Moukoko ja auch erst im Laufe des Trainingslagers voll eingestiegen ist, nach seiner Synthesmose-Verletzung. Also ich würde auf Holland-Tickets tippen am Samstag. Ja, das ist schon mal eine ganze Menge. Da haben wir die Aufstellung ja quasi schon beisammen, die wir da erwarten im Pokal in der ersten Runde gegen Wien Wiesbaden. Welchen Eindruck hat denn Marco Rose heute gemacht? Das ist ja für ihn auch das erste Pflichtspiel als neuer Cheftrainer des BVB. Wirkt er angespannt? Nö, das würde ich nicht sagen. Also er hat ja bisher in den Medienrunden, die es gab, einen recht entspannten Eindruck vermittelt und war auch recht locker drauf. Und so war er auch heute auf der PK. Jetzt nicht euphorisch, aber sachlich und antworten alle ausführlich. Da haben wir ja auch schon andere Trainer, wo das ein bisschen kürzer war. Die Zeiten sind vorbei. Also die hat schon mal 20 Minuten gedauert, die Pressekonferenz. Und von daher, ja, er freut sich auf seinen Pflichtspielschat. Ich glaube, so viel kann man sagen. Es war ja eine bislang sehr turbulente, mitunter auch sehr komplizierte Vorbereitung für den BVB. Wie schätzt du es ein? Ist der BVB überhaupt schon reif für den Saisonstart oder könnte es da noch ziemlich holpern? Ja, das ist zumindest zu befürchten. Hängt natürlich dann immer auch so ein bisschen vom Spielverlauf ab solcher Spiele. Wenn man dann früh in Führung gehen sollte, ist das dann vielleicht bei einem Drittligisten Selbstläufer. Aber so lange oder so länger es dann 0 zu 0 steht, könnte es natürlich schwierig werden. Dortmund hat letztes Jahr Duisburg. Da haben sie dann 5-0 gewonnen. Das ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Also ich denke mal, dass es eher nach dem Motto geht, Hauptsache weiterkommen, egal wie. Dafür war die Vorbereitung jetzt wirklich zu kompliziert. Und die Corona-Fälle haben jetzt übrigens dazu beigetragen. Also ich denke mal, weiterkommen, egal mit welchem Ergebnis. Es muss keine Verlängerung. Und wahrlich auch kein Elfmeterschießen sein, würde hier sehr gerne genommen. Dann sag uns doch nochmal eben zum Abschluss, wie geht es denn jetzt bis zum Pokalspiel für den BVB weiter? Wie ist der Ablauf denn noch bis zum Samstagabend für die Profis? Ja, also am Donnerstag steht jetzt gleich das Mannschaftstraining an, nach der negativen Testung zum Glück. Ganz normal. Natürlich unter etwas verschärften Bedingungen. Dann wird am Freitag frühen Nachmittag nochmal trainiert. Und dann geht es mit dem Bus Richtung Wiesbaden. Kann auch sein. Ich weiß jetzt nicht genau, dass auch in Frankfurt übernachtet wird. Und dann hat man noch den ganzen Samstag vor Ort, um nochmal Gespräche zu führen. Anschwitzen, Spaziergang, die obligatorischen Sachen, die an so einem Spieltag halt passieren. Also ich denke mal, da wird am Ablauf jetzt nicht grundsätzlich was geändert. Und dann wird gespielt am Samstagabend und danach wird es dann direkt mit dem Bus zurückgehen. Dann vielen Dank, Florian Gröger vom Trainingsländer des BVB für deine aktuelle Einschätzung. Danke dir. Ja, liebe BVB-Fans und für euch natürlich noch der Hinweis. Am Samstagabend begleiten wir natürlich das Pokalspiel des BVB auf all unseren Kanälen, die ihr hier eingeblendet seht. Und unsere Live-Show beginnt um 20 Uhr am Samstagabend. Da liefern wir euch kurz vor dem Anpfiff eben alle wichtigen Infos. Wir sprechen mit einem Experten aus Wiesbaden und beleuchten mal ein wenig mehr noch den Gegner aus der dritten Liga, den wir sonst nicht so auf dem Schirm haben. Und generell lohnt es sich natürlich bei ronarichten.de sich durch unser Programm zu klicken. Da das aktuelle Angebot gilt noch bis zum ersten Saisonspieltag in der Bundesliga. Die ganze Hinrunde, unser ganzes Abo-Paket, quasi eure Hinrunden-Dauerkarte bei uns für die ganze Hinrunde für 12 Euro. Da könnt ihr also noch zuschlagen und das Abo, die Dauerkarte abschließen bis zum ersten Spieltag. Also klickt euch durch, hier www.ronarichten.de.